ARD Text im Auftrag von Funk Die Ansteller und alles kennt ihr wahrscheinlich schon längstens oder ihr seht es auch gerade in der Description oder im Titel des Videos. Okay, stürzen wir uns gerade mal rein. Ah ja, noch ganz kurz. Leider hat es dazu jetzt keinen Untertitel, darum bin ich ein bisschen auf euch angewiesen in den Kommentaren. Also falls irgendetwas Interessantes oder Spannendes gibt, das ich irgendetwas nicht verstehe oder sollte checken drinnen, dann könnt ihr das sehr gerne unten reinschreiben. Okay, gut. Let's go. Hm, das ist ja süß-schweizerlich. Okay, das ist ja witzig. Jetzt haben wir schon geguckt. Best Friends. Best Friends. Dennis, ihr seid ihr seid? Steht, ihr seid? Wir sind in die Runde, da sprechen wir alle auf die Pabels. Sie müssen in den PassportInnen. Dann kommen wir an. Spannend einen? Stütz. Wir sind alle, was eigentlich ganz wichtig. Sie sehen uns alle auf jeden Fall. Dass sie alles so quer, wird es einfach nicht so gemacht. Oh mein Gott. Ah, dein klei, Schmerz. Das war's nicht so gut. Schön. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. 3. 3. Stalle 2-2. I have got this scene, I don't think I will. He is in the scene. Your love is got to Washington. Oh, well I will. Ah, yeah. Ja, das mag ich auch noch erinnern. Es sind beide so deutend in diesem offenen Office. Ja, geil, geil. Aber ja, es kommen wieder ein wenig. Die zwei werden ja so ausgebildet. Sie sind eben die Best Friends, das wird ja auch gesagt. Und denen stehen sie sich aber trotzdem schlussendlich gegenüber. Als Feinde, Enemies, macht auch Sinn. Aber geil. Ich weiss nicht, ob im Teaser... Ich glaube, es hat noch recht coole Hand-to-Hand-Combats gehabt. Oder auch so eine Action-Szene. Okay, da gibt es auch. Aber ich glaube, dort hat es fast noch etwas mehr gehabt. Was ich natürlich sehr geil finde. Ähm, ja. Ist cool. Eben, wir kennen es schon ein wenig aus dem Teaser. Aber es ist trotzdem noch cool, so ein Refresher. Dass, wenn er dann wirklich rauskommt, eben an Deepawali, glaube ich, ist gestanden. Dass wir dann den dort ja, alles mal reinziehen. Und mit der Fall, danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020